Warum ist Konzentration wichtig? Warum ist es wichtig, sich zu konzentrieren? Warum sollte man Übungen machen, um die Konzentration zu erhöhen? Ja, das sind einige Fragen, auf die ich gerne eingehen will. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Konzentration heißt letztlich bündeln in eine bestimmte Mitte auf ein bestimmtes Zentrum hin. Du kannst nicht alles gleichzeitig erreichen. Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du die Anstrengungen auf diese Richtung konzentrieren. Also, wenn du versuchst, 100 Dinge gleichzeitig zu erledigen, das klappt nicht. Du solltest dir bewusst sein, was ist meine Top-Priorität? Natürlich, du kannst durchaus parallele Prioritäten. Du kannst sagen, in meiner Kindererziehung ist jetzt meine Top-Priorität das. In meiner Partnerschaft ist meine Top-Priorität das. Bei meiner Arbeit ist meine Top-Priorität das. Im Umgang mit meinem Mitarbeiter ist das meine Top-Priorität. Und wenn du dich auf eine Sache dabei jeweils konzentrierst, dann wird dir gelingen, das auch zu erreichen und umzusetzen. Also, wenn du etwas erreichen willst, dann ist wichtig, deine Top-Priorität zu kennen. Jetzt überlege gerade mal, was ist momentan deine Top-Priorität oder was sind deine drei Top-Prioritäten? Und dann überlege, konzentrierst du dich darauf genügend? Konzentration ist aber nicht nur, die sich konzentrieren auf etwas im Sinne von die Kräfte bündeln. Konzentration ist auch eine geistige Fähigkeit. Und im Yoga sagen wir, eine gute Konzentration wird Samyama genannt und die geht so weit, dass du absorbiert bist und das erweckt die geistigen Kräfte. Es gibt ein ganzes Kapitel in einer berühmten Yogaschrift, Yogasutra. Das dritte Kapitel nennt sich Vibhuti-Yoga, der Yoga der außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und da geht es darum, was geschieht, wenn du wirklich in der Lage bist, dich gut zu konzentrieren. Du entwickelst Einfühlungsvermögen, du entwickelst Intuition, du entwickelst die Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen. Du entwickelst die Fähigkeit, mit viel Energie Dinge zu erledigen. Im klassischen Yoga gibt es auch das Beispiel eines Brennglases. Wenn du ein Brennglas in die Sonne hältst und dann kannst du mit diesem Brennglas letztlich ein Papier zum Brennen führen. Und so ähnlich, die Kräfte des Geistes sind sehr groß. Mit dem Brennglas der Konzentration führst du diese geistigen Kräfte auf eine bestimmte Richtung. Dann kannst du erstens Dinge dir besser merken, zweitens verstehst du sie besser, drittens begreifst du sie intuitiv, viertens kommt dort eine gewisse Meisterschaft ins Spiel und schließlich kommt dort auch die tiefere Intuition, die dir hilft, mehr zu wissen als das, worauf du dich konzentrierst. Es ist es wert, Konzentration systematisch zu entwickeln und zu schulen. Ich wünsche dir dafür gute Motivation und du kannst dich auch einmal darauf konzentrieren, Konzentration zu üben und zu entwickeln. Wenn dich das interessiert, dann übe doch Yoga und Meditation oder komme mal zu Yoga Vidya, zu einem Yoga Wochenende oder einer Yoga Ferienwoche. Viele Techniken, um deine Konzentration zu vertiefen.